Hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder ein Spiel ausgegraben, welches ich vor ein paar Wochen gekauft habe, als es heruntergeschrieben war. Nämlich Beer Factory. Wir stellen heute Bier her, wir gründen eine Brauerei. Let's go. Das ist unsere Bude. Ähm, ja. The previous owner left a machine that condemned part of the factory. While waiting for you to clean up the factory, I'm going to look for some subsidies. Äh, ja Chef, kann hier nicht durch, kann hier nicht durch. Ah, ja. F, Barriere erheben. Wir haben hier, oh, Fahrzeug fahren, F. Also, gehen wir mal rein. Oh je. Warte. So, weg hier. Was haben wir denn hier noch? Oh, eine Kaffeemaschine. F, Kaffeeträgen. Oh, F. Alles mit F gibt es hier eigentlich noch eine andere Taste als F. F. Und nochmal F. Oh ne. Oh. Der will uns weg haben. Du bist kein Owner. Sicher nicht. Sicher nicht bist du der Besitzer. Du kannst ja nicht mal gerade... Okay. Was soll das hier? Hey. Verjage den Penner. Indem du Gegenstände auf ihn wirfst. Ach so. Wo ist er? Da kommt er. Ah. Lach nicht so blöd, wirklich. Wo ist er? Da ist er. Bang. Ah, du bist doch ein Idiot, wirklich. Hier. Müllsack. Nochmal. Er stirbt einfach da am Boden. Du hast ein neues Tuning-Teil erhalten. Propan. Alter, wir tanken unsere Stapler mit Propan. Jetzt kaufen wir unsere Elektro-Stapler und tanken die mit Propan. F. Jetzt geht's hier auf und wir können hier einsteigen. Cruisen davon. Oh mein Gott. Einfach ein Besen. Fucking Graffiti-Spray. Ich hab's gesagt. Stapler. Toyser. Oha. Wir haben einen Werkzeugtisch. Let's go. Wann können wir endlich hier das blöde Bier brauen, Junge? Zuerst noch irgendwie ein halbes Lager und eine Werkstatt kaufen, oder was? Für was bin ich hier? Ich bin hier zum Sa... Äh, Bier brauen. Kauf ein Lager. Äh, wo? F. Stimmt. Das wird ja hier alles mit F gemacht. Kann man es nicht einfach kaufen, hinstellen und losbrauen? Ist es hier nicht möglich. F. Schon wieder. So. Hier auch noch. F. So. Hier auch noch. F. Ja. Ah. Zweite Stütze. F. Linke Maustaste. Man braucht hier wirklich nur 1, 2, 3, 4 Tassen braucht man hier. Mehr nicht. Mehr ist hier nicht erwünscht scheinbar. Kann ich das hier werfen? Was müssen wir? Erhöht den Ruf der Fabrik auf Level 2. Aha. Wir können Points sammeln. Äh. Points sammeln mit Müll fortschmeißen. Ja. Das auch noch. Peng. Ach, scheiß. Das auch noch. Ah. Das immer noch. Ja. Scheißdreck. F. F. Oh mein Gott. Äh. Und. Peng. Oh. Super. Was du auch immer gerade gesagt hast. Ich hab nicht zugehört. Bye bye. Immer diese Spam-Anrufe hier. Das ist eine mega geile Idee in einem Spiel. Muss ich sagen. Statt dass es eine Bank gibt. Bei der man Statt dass es eine Bank gibt. Bei der man einfach Geld holen kann. Das wieder ein zweites zurückzahlen muss. Hat man hier Investoren. Und kann eigentlich von denen so viel Geld haben. Entweder 1000, 7500 oder 25000. Muss aber entsprechend Benefits zahlen. Also Zins oder ja. Mit dem Mund muss man was zurückzahlen. 5% oder 10 oder 15% geht dann zu denen. Geil. Maschinenraum 1. Ermöglicht den Zugang zur ersten Erweiterung. Okay. Ach so. Das wird noch alles grösser hier. Jetzt werde ich mal ein bisschen putzen hier. Kann man hier nicht ansehen das Ganze. Schaltet die Getreidemühle frei. Industrielle Maschinen. Getreidemühle kaufen. Nehmen wir. So. Wir haben eine Getreidemühle. F. Reinigen. Äh. Wir schalten dich hier ein. Ja. Wir können dich nicht ausschalten. Also läuft es jetzt einfach. Also. Wir müssen jetzt einen Vertrag annehmen. Müssen wir das? Ich dachte wir können hier unser eigenes Geld bringen. Wir haben noch 800. Aha. Nein. Vertrag. Hier. Vertrag. Ähm. Belohnung in Form von. Annehmen. Romals. 19 Säcke müssen wir liefern. Orden. Was? Ja ich komm ja schon. Ja ich komm ja schon. Ich bin ja unterwegs man. Was muss ich jetzt machen? Ah. Ah. Ist ja gut. Einfach so. Ah neben. Zurück. Zurück. Ah so. Das ist eine anstrengende Sache wirklich. Das ist anstrengend. So. Und. Runderach. Ciao ciao. Äh. Drin. So. Ja. Mhm. Jetzt müssen wir da alle reinschmeissen. Äh. Peng. Ich werfe hier einfach mal alles rein. So. Alles auf einem Haufen da rauf. Wir nehmen das Spiel jetzt auseinander mit diesem Palett. Muss ich da das Palett hinstellen. Dass das irgendwie da drauf tut. Oder. Was muss ich hier? Ah. Korn verfeilen. Ah. Okay. Wir müssen das gedrückt halten. Ja gut. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Wir müssen jetzt einen Gabelstapler kaufen. Was machen wir mit dem? Wahrscheinlich das Zeug hier ausliefern. 500 gekauft. Boah ist das ein alt zu schäbiges Teil. Ha. Ach du Scheiße. Kann ich hier irgendwie öffnen oder so? Das ging ja einfach. Äh. Ah. Der Fährt davon. Ich dachte schon. Jetzt müssen wir durch die halbe Stadt fahren. Schliesse deinen ersten Auftrag ab. Easy. Jetzt gibt es Fährt Cash. Tanket den Gabelstapler auf. Ah. Das ist brutal. Das ist brutal. Erhöht den Ruf der Fabrik auf Level 3. Mhh. Peng. Wir brauchen noch einen Müllsack. Hier. Und sonst nehmen wir dich. Ah. Kaufe einen Palettenplatz. Und geh jetzt zu deinem Werkzeugkasten. Und öffne das Baumaterial. So. Als nächstes können wir wieder was kaufen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wie immer. Lass ein Like da. Das ganze Prozedere von A bis Z. Mit einem Kommentar. Was ihr bis jetzt zu diesem Spiel haltet. Ich finde es bis jetzt nicht so geil. Weil man eigentlich eigentlich nur Sachen kauft. Und Geld ausgibt. Was ich ja sowieso schon mache. Kommt da einfach keins mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.